Hallo, ich bin Elie Nix und ich brauche deine Sims. Ich plane eine ganz besondere Challenge und dafür brauche ich deine Sims. Um genau zu sein, plane ich nämlich eine Wer-wird-überleben-Challenge. Angelehnt ist das Ganze ans Quit-Game, also insgesamt brauche ich acht Sims, die dann in unterschiedlichen Wettbewerben gegeneinander antreten. Und wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt, nur ein Sim kann überleben und dieser ist dann auch der Gewinner unserer Challenge. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen. Manchmal sind Skills gefragt, aber manchmal entscheidet auch nur das Glück. Und wie gesagt, nur einer wird überleben. Und wer weiß, vielleicht ist es ja dein Sim? Erstelle mir also gerne einen Sim für diese Challenge und lade ihn in der Galerie mit dem Hashtag Elie Nix 10 Stunden Stream hoch. Ganz wichtig, hier unten im fixierten Kommentar seht ihr, welche Packs ich habe. Also benutzt wirklich auch nur Inhalte von diesen Packs und bitte benutzt auch keinen Custom Content. Außer ihr seid euch ganz, ganz sicher, dass ich diese Inhalte auch habe. Dann könnt ihr sie natürlich auch gerne benutzen. Wie ihr dank dem Hashtag vermutlich schon wisst, diese Challenge wird live in meinem 10 Stunden Stream auf Twitch stattfinden. Stattfinden wird dieser Stream am 18. September und dort möchte ich eben mit euch gemeinsam feiern, dass wir auf YouTube jetzt tatsächlich schon über 1000 Abonnenten sind. Also schaut sehr gerne vorbei. Es wird jede Menge unterschiedliche Spiele, Challenges und auch Gewinnspiele geben. Einen genauen Zeitplan lade ich euch natürlich noch hoch. Mehr Infos dazu findet ihr hier auf YouTube im Community-Tab, auf meinem Instagram oder auch auf meinem Discord-Server. Eine ganz wichtige Sache habe ich euch noch nicht erzählt, denn die liebe Simbo hat extra für diese Challenge ein unglaublich großartiges Gebäude gebaut und das findet ihr natürlich auch in der Galerie. Falls ihr Simbo noch nicht kennen solltet, sie ist auch eine Sims 4 YouTuberin und ich blende euch hier rechts oben jetzt das Beat-Bild zu diesem Gebäude ein. Übrigens kann Simbo nicht nur unglaublich gut bauen, sondern wie bei mir liegt auch bei ihrem Kanal der Fokus auf Let's Plays. Also derzeit findet ihr bei ihr eine Disney Legacy Challenge und auch eine Twilight Challenge. Also schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Vergesst nicht mehr einen Sim für die Challenge hochzuladen und an dieser Stelle freue ich mich aber natürlich auch über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video und in meinem 10-Stunden-Stream wieder. Bis bald!